Rechten zu eurer Linken, wir haben hier einen Fan aus Slowenien, wie Kärtner sind ja die Nord-Slowenien, wie man weiß. Und so ein Exemplar haben wir heute hier mitgebracht aus Slowenien, der Christiana. Was soll das bitte? Christian, kannst du aber kurz auf Slowenisch was reinsingen, bitte? Das war der Tag von Chichazin, du bist ein Mensch. Woppa! Großer Platz für die Christiana! Und zu meiner Linken zu eurer Rechten haben wir Italienische Fans heute. Italien! Komm mit die Chiami, nix? Okay. Das ist ein bisschen in die Hosen langer mit den Italienern. Aber wir haben ein italienisches Lied für euch! Sempre, sempre, siempre, sempre, tu, sempre, 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 insessentemente. Sempre, 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 insessentemente. Margarita! Pisa! So am Gino Oh, jetzt machen wir Mit Genühen, keine Träume und Gemühen, dass deine blöde Sagen überworgt Und wenn du schnitt